Es ist Donnerstag. Es ist ATV-Tag. Heute mit einem kurzen Projekt-Update durch Eric Kieran Davis aus dem Studio in L.A. Und es gibt einen Deep Dive zum Thema der Soundwissenschaften. Der Character Customizer, der mit Alpha 3.1 veröffentlicht wird, erhält zur Zeit den letzten Schliff und das Feintuning. Das Gameplay-Feature-Team nimmt noch letzte Anpassungen vor an den Optionen für die Augen und die Hautfarbe sowie insgesamt der grafischen Präsentation. CIG möchte sicherstellen, dass sich alles intuitiv benutzen lässt, sodass das UI-Team, das Team für die Benutzeroberfläche, bis zur letzten Sekunde Anpassungen vornimmt, um genau dieses sicherzustellen, dass die Benutzerführung intuitiv von der Hand geht. Auf der Roadmap können wir sehen, dass alle Aufgaben für den Character Customizer nun fertiggestellt sind. Das Qualitätssicherungsteam ist damit beschäftigt, aktuell so viele Fehler wie möglich zu finden, damit diese bis zum offiziellen Release von 3.1 und damit einhergehend dem Character Customizer möglichst noch beseitigt werden können. Ebenfalls in der finalen Überarbeitung sind die Verbesserungen an den Helmen. Das beinhaltet unter anderem die Modellgeometrie sowie deren Beleuchtung, selbst wenn diese nicht getragen werden. Außerdem arbeitet das Character Team an einigen anderen Projekten, die derzeit nicht auf der Roadmap aufgeführt sind, aber integraler Bestandteil an Features und Inhalten sind für die zukünftigen Patch-Veröffentlichungen. Auch an männlichen und weiblichen Spielfiguren wurde gearbeitet, als dass derzeit die Kleidung für Senatoren fertiggestellt wird, sowie die Legacy-Rüstungen für Gesetzlose und für Marines. Legacy steht für Vermächtnis, Erbe, Hinterlassenschaft, sind also Rüstungen mit einer Geschichte dahinter. So erzählt Eric nun auch, dass wir uns in dem Spiel bewegen sollen und den Eindruck haben, dass alles mit einer Geschichte, mit einer Historie verbunden ist. Und ein Aspekt, mit dem man uns das vermitteln möchte, das sind diese Legacy-Rüstungen und Kleidungen. Viel Arbeitskraft ist in die übergreifende Verbesserung der prozeduralen Planeten-Tech geflossen. Das betrifft Verbesserungen der grafischen Präsentation der ersten drei Monde, Jela, Deymar und Selin, im Hinblick auf das Farbbalancing, die Objektverteilung, die zufällige Bestimmung der Höhenwerte und generell der Kartenzeichnung. Einige letzte Arbeiten sind noch zu tun, zum Beispiel an der Verbesserung der prozeduralen Verteilung besonderer Orte und Merkmale auf der Planetenoberfläche. Außerdem arbeitet Marco Corbetta an ersten dynamischen Wettereffekten. Der ist übrigens Ex-Crytec-Mitarbeiter, nebenbei bemerkt, hat als leitender Programmierer an Farcry und dem Crisis-Franchise allgemein mitgearbeitet und ist einer der Köpfe, die das prozedurale Städtesystem für Star Citizen entwickelt haben. Das Environment Art Team, das Team für die grafische Erarbeitung der Welt und Umwelt in Star Citizen, hat an De La Mar gearbeitet. Im Rahmen ihrer Arbeit haben sie sich fokussiert auf die visuellen Übergänge zwischen nahen, mittleren und entfernten Blickpunkten sowie der Verteilung von Grafikassets, von Grafikbausteinen. Zudem gab es einige rosa Schatten, die entfernt wurden. Weiterhin hat man die Ansicht aus dem Weltraum heraus auf Jela verbessert. An der Front der Forschung und Entwicklung hat man sich mit dem Thema Speed Tree, der Lumberyard Engine, auseinandergesetzt. Das ist eine Berechnungsroutine, die schon in vielen anderen Spielen zum Einsatz kommt und in der Bäume prozedural quasi immer in einer unterschiedlichen Zusammensetzung kopiert werden und damit ganz, ganz schnell auf der Welt verteilt werden. Von daher Speed Tree, Geschwindigkeit Baum oder Schnellbaum oder wie man das so übersetzen kann. Hierzu werden wir in den kommenden Monaten noch mehr erfahren, sagt Eric. Außerdem, wie wir vielleicht bereits im Calling All Devs erfahren haben, wird an den neuen Spieler Hangars gearbeitet. Diese sind aktuell in der Graybox-Phase und werden so modular entwickelt, sodass sie später an jedem dafür vorgesehenen Ort von Star Citizen gespawnt werden können. Je nachdem, wo wir denn mit unserem Hangar zu Hause sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, um sagen zu können, wann diese neuen Hangars uns im Persistent Universe zur Verfügung stehen werden können. Aber Eric sagt, dass wir ein Auge auf die Roadmap haben sollen, wo sie dann dementsprechend irgendwann auftauchen werden. Das Environment-Art-Team und die Tech-Teams arbeiten am Prototypen des Planeten Hurston und seiner Monde. In Bezug auf die Stadt Lorville diskutiert das Team die Voreinstellungen für die prozedural zu erstellenden Objekte für den Planeten. Der Mond Ariel befindet sich bereits in der Entwicklung und ist in der Phase des Whitebox-Blockouts. In dieser Phase des Blockouts wird die Grundstruktur, das Wesentliche eines Objekts, definiert und festgelegt. Man entscheidet sich für die wichtigsten Rahmenparameter, erste einfache Formen und Materialien werden bestimmt, auf dem das gesamte Modell dann aufsetzen wird. In dieser Phase geht es darum, ein Gefühl für das Modell zu bekommen, sowie dafür, ob und wie es sich in die Spielwelt einfügen wird. Für diesen speziellen Mond, erzählt Eric weiter, sucht CIG nach einer sehr einzigartigen Geografie, weshalb beim Aufbau von Ariel und dessen Landschaften sehr akribisch vorgegangen wird. Einen ersten frühen Stand des Planeten Hurston konnten wir uns im Rahmen der CitizenCon-Demo 2947 im Herbst des letzten Jahres anschauen. Weitergehend zum Gameplay arbeiten die zuständigen Teams weiterhin daran, das sogenannte Service-Beacon-System ins Spiel zu bringen. Hier speziell das Notrufsystem, welches Spielern es erlauben wird, mit anderen Mitspielern in Kontakt zu treten, um Unterstützung oder weitere Services anzufordern. Sobald das geschieht, werden Navigationspunkte für die beiden Spieler, welche einen Vertrag geschlossen haben, in ihrem Navigationssystem angezeigt, sowie eine In-Game-Mission erzeugt. Dieses Service-Beacon-System ist die Grundlage für von Spielern generierte Missionen und Inhalte. Eine dementsprechend hohe Priorität hat es bei CIG. Im Laufe der kommenden Patches wird das Service-Beacon-System Stück für Stück weiterentwickelt und erweitert werden. Außerdem wird die Personal-Manager-App im Mobiglas weiterentwickelt. Das umfasst unter anderem den Star Marine Loadout Customizer. Mithilfe dieser Applikation werden wir in der Lage sein, alle Ausrüstungsgegenstände, die wir im Persistent Universe besitzen, auch in Star Marine anwenden zu können. Allerdings werden nicht alle Gegenstände für jeden Spielmodus zur Verfügung stehen. Hier arbeitet das Team an spezifischen Elementen der grafischen Benutzeroberfläche, um dabei zu unterstützen, zu erkennen, was verfügbar ist und was nicht. In Bezug auf Schiffe und Fahrzeuge bekommen wir keine weiteren Informationen, weil es hierzu das ausführliche Update in der vergangenen Woche gegeben hat. Eric erwähnt noch, dass an verschiedenen Waffen gearbeitet wird. Gallinson, Eamon & Reese und Preacher, die zurzeit ihren letzten Schliff erhalten. Das Concept Art Team finalisiert noch das Design der Joker Distortion Cannon und ist mit dem Blockout der Bering-Pistole beschäftigt, sowie einigen anderen Waffen für das First-Person-Shooter-Gameplay. Was wir hier noch sehen, sind die Arbeiten des VFX-Teams, des Teams für die visuellen Effekte, an Einschlag-Effekten der Railgun und der Distortion-Skattered-Gun. Und zuletzt in Bezug auf die Kerntechnologien hat das Patch-Team für Alpha 3.1 45 der 46 benötigten Aufgaben zur Performance-Optimierung abgeschlossen. CIG hat in diesem Quartal einen großen Fokus auf die Verbesserung der Frameraten gelegt, dessen Ergebnis wir nun bemerken sollten mit dem Release von Alpha 3.1. Im Rahmen des Deep Dive zum Thema Wissenschaft des Sounds lernen wir heute Lee Banyard kennen, Audio-Director bei CIG. Der steigt sofort ins Thema ein und beginnt über die Audio-Elemente von Schiffen zu erzählen und dass die Abstimmung der einzelnen Audio-Elemente vergleichbar ist mit den Instrumenten eines Orchesters. Es ist nicht so, dass man ein einzelnes Element nimmt, zum Beispiel Schubdüsen, diese mit einem Audio-Effekt verknüpft und dann ist alles fertig. In einem Schiff muss vielmehr alles miteinander abgestimmt werden, sodass es sich am Ende wie aus einem Guss anfühlt bzw. anhört. Und nicht zuletzt ist es eine der spezifischen Weisen, wie das Spiel mit dem Spieler kommuniziert. Und all das ist auch noch rechenintensiv, weil es in Echtzeit passieren muss. Somit haben wir jetzt eine erste Idee bekommen von der Komplexität des Prozesses, vom Erstellen von Soundeffekten. Darren erzählt hier im Hintergrund dieses Videos und das werde ich mal kurz als Voice-Over begleiten. Hallo, ich bin Darren und möchte euch in diesem Video das Design des Terrapin-Triebwerks und seiner verschiedenen Layer vorstellen, die alle unterschiedlich und dynamisch auf die Eingabe des Piloten reagieren. Dies hier ist ein eher subtiler Layer, der im Hintergrund sitzt und einen Gegenpol bildet, zu einigen der mehr vordergründigeren Layer. Während also die präsenteren, robusteren Layer in Tonhöhe und Lautstärke ansteigen, wenn das Schiff Gas gibt, fällt diese Tonhöhe hier und klingt etwas dünner und weniger energisch. Dieser Rotationslayer ist mit den Pitch-, Roll- und Gierbewegungen des Schiffes verknüpft. Dieser hier ist etwas allgemeiner. Er ist an die Schubwerte geknüpft und reflektiert somit die Arbeitslast der Triebwerke. Dann haben wir unsere Searchlayer, die nur aktiviert werden bei großem Schub. Wird also kräftig Gas gegeben oder auch abgebremst durch Gegenschub, dann kommen diese Searchlayer zum Einsatz. Hier ist der Strafelayer für Manöver mit Seitwärtsbewegungen. Diese arbeiten im Einklang mit den Rotationslayern. Es betont auch das Abbremsmanöver. Dieser Induktionslayer hier beschreibt die Triebwerksenergie, die wiederum die Resonanzeigenschaften des Innenraums definiert. Und das als Gesamtkonzept wollen wir in Star Citizen in Zukunft noch viel weiter ausbauen. Auch über die Raumschiffe hinaus. Hier ist also alles im Einklang. Und vielleicht findet ihr ja die einzelnen Elemente im Spiel wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lee erzählt nun weiter, dass die Herstellung für Soundeffekte in einem fiktiven Spiel einen großen, kreativen wie künstlerischen Spielraum bietet. Es gibt einfach keine Vergleichswerte zu einer real vorhandenen Welt. Dennoch geht auch das einher mit Verantwortung. Denn alles muss sich, obwohl fiktiv, quasi real anfühlen bzw. anhören. Denn es muss die Erzählung transportieren, Stimmungen schaffen und trägt zum großen Teil die Spielerfahrung. Die Soundeffekte spielen also eine sehr große Rolle. Francesco Del Pia, Nachwuchs-Sounddesigner, hat kürzlich die Umgebungseffekte für die Schiffswracks erstellt. Er erzählt, dass man mit Audioeffekten uns Spielern Informationen übermitteln kann, die ansonsten lediglich durch visuelle Effekte erfolgen müssten. Eines der Ziele von Francesco war, dass sich der Spieler unsicher fühlt, unwohl, während er solch ein Schiffswrack erkundet. So kann man zum Beispiel über Soundeffekte vermitteln, was hinter einer Wand passiert oder im nächsten Raum, man aber nicht zwingend sieht in dem betreffenden Moment. Im Folgenden zeigt uns Francesco anhand eines Videos, wie er das Wrack der Starfarer auf Deymar mit Soundeffekten unterlegt hat. Sein Ziel hier war es, die Lehre des Schiffes durch eine, durch sehr ruhige, fast lautlose Umgebung zu vermitteln, dass man aber dennoch, wenn man still steht, klangliche Details vernimmt, die aus den zerfallenden Strukturen des Schiffes kommen. Zur Demonstration erhöht Francesco die Lautstärke dieser Effekte und bittet uns, während er näher an die Wände des Schiffswracks herangeht, auf das Knarzen, das Rasseln, das Summen und die weiteren Soundeffekte zu lauschen. Je tiefer man in das Schiff hineingeht, desto unheimlicher wird die Umgebung, bedingt durch die eingesetzten Soundeffekte. Mit dem Sound, den Geräuschen, so erzählt Francesco weiter, kann man Spieler durch einen Level führen. So betont er zum Beispiel die Geräusche etwas mehr, wenn man sich in die Nähe eines Ausgangs zubewegt. Diese Geräusche sind abhängig von der Geschwindigkeit des Windes auf dem Planeten. Herrschen draußen zum Beispiel starke Böen, dann kann man diese auch im Inneren des Schiffswracks hören, bedingt durch die Hüllenrisse in dem Schiff, an denen sich der Wind bricht und in das Wrack hineinfegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Josh Bell, ebenfalls Nachwuchs-Sounddesigner, führt uns ebenfalls ein wenig in den Prozess des Designs einer Audio-Umgebung von Star Citizen ein. Zu diesem Zweck zeigt er uns ein Audiosystem, dessen Prototyp sie entworfen haben, um den Energiestatus von planetaren Außenposten widerspiegeln zu können, sowie für Effekte, hervorgerufen durch Wind, der an den Strukturen des bzw. der Außenposten zerrt. Irgendwann werden wir Spieler im Spiel in der Lage sein, die Energie dieser Außenposten zu aktivieren. Das kann geschehen, indem man zum Beispiel eine Energiezelle, respektive Batterie, Energieträger in ein Energiemodul einsetzt. CRG wollte das Gefühl einfangen, wie es ist, während eines Sturmes sich auf einem Planeten, auf einem Mond zu bewegen und dann an einem sicheren Ort Zuflucht zu finden, solch ein Gebäude zu betreten und dann die Energie einzuschalten. Zurzeit gibt es zwei Zustände, aktiviert und deaktiviert. Jeder Raum hat Audiopunkte, die auf den entsprechenden Zustand reagieren. Das demonstriert Josh nun, indem er den Regler für den Energielevel nach links auf Null schiebt. Das bringt sämtliche Geräusche auf Null in ihren Ruhezustand. Den eigentlichen Vorgang des Herunterfahrens der Energie hört man zurzeit noch nicht, ist aber in Arbeit. So wird man dementsprechend später nicht nur sehen, sondern auch hören, welchen Energiestand das Gebäude gerade hat. Außerdem entwickelt das Team ein Soundsystem, um die Wettereffekte zu simulieren, die von außen auf so einen Außenposten wirken. Auch das ist allerdings noch nicht im Spiel, da noch Zuarbeiten der Teams für das Spielsystem fehlen. Erst wenn alles vollständig ist, können zum Schluss die Audio-Applikationen implementiert werden. Dennoch wird schon alles vorbereitet, um zum entsprechenden Zeitpunkt sofort mit der Umsetzung beginnen zu können. Die Applikation zur Simulation der Windgeräusche wird hier eingeblendet. Hiermit kann man den Übergang bestimmen zwischen ruhigem und stürmischem Wetter, beziehungsweise den entsprechenden Geräuscheffekten basierend auf der Windgeschwindigkeit. Hiermit werden die entsprechenden Geräusche der Gebäudestruktur ausgelöst. Außerdem hat man noch ein weiteres neues System entwickelt, um den Audio-Code zu visualisieren, wie hier im Video dargestellt. Dies erlaubt es den Entwicklern und Sounddesignern zu erkennen, also zu lesen, welche Audio-Informationen in welchem Teil des Gebäudes gerade abgespielt werden. Wir Spiele also hören. Das hilft bei der Abstimmung zum Beispiel von Außengeräuschen, die in das Gebäude dringen müssen, sowie dabei, bis zu welcher Entfernung diese Geräusche noch zu hören sind. Josh schließt mit der Feststellung, dass die Außenposten eine großartige Möglichkeit gewesen sind, das Sounddesign sowie die neuen Applikationen und Werkzeuge dafür zu entwickeln. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Demonstration, in der die Geräusche für uns Zuschauer verstärkt sind zu Demonstrationszwecken. Lee kommt nun auf die Musik zu sprechen, welche ebenfalls einen großen Anteil hat, daran, den Spieler emotional durch das Spiel zu begleiten. Jeden Menschen begleiten eine Menge Assoziationen mit Musik, erzählt er, seien es durch Filme oder natürlich andere Spiele. Und im Falle von Star Citizen ist das keine Ausnahme. Die Musik führt uns durch das Spiel und wenn es gut gemacht ist, manipuliert sie uns subjektiv in einem gewissen Grad im Hinblick auf die Erzählung der Geschichte. Hierzu wird uns nun Philip Pierce Smallwood mehr erzählen. Im Hinblick auf die musikalischen Inhalte des Persistent Universe sind unlängst neue Stücke hinzugekommen für Raumstationen, Landezonen, Monde und andere wichtige geografische Punkte des Spiels, sogenannte Points of Interest. Um neue Musik in das Persistent Universe zu bekommen, wird zunächst ein Kompositionsantrag erstellt. Dazu gehören typischerweise grafische Konzeptarbeiten, Spielmitschnitte, sogenannte Playthrough Captures, Referenzmusikstücke und Musikregie von Chris Roberts und Lee Banyard, sowie einem erweiterten Teil des Audio-Teams. Das Ergebnis dieser Kompositionsantrag wird dann an den Vertragskomponisten des Persistent Universe, an Pedro Camacho, geschickt. Anschließend erfolgen persönliche Abstimmungen und nach einigen Schritten und Annäherungen an das gewünschte Zielergebnis gelangt man irgendwann zu einem Punkt, dass die fertigen Stücke ins Spiel implementiert werden können. Um diesen Prozess der Implementierung zu verbessern, sowie damit einhergehend die wahrgenommene Varianz der Musikstücke bzw. Teile dieser Stücke von dem Spieler zu erhöhen, wird aktuell an neuen Programmroutinen und Methoden experimentiert. Hierzu werden spezielle Intro- und Outro-Varianten mit den jeweiligen Hauptstücken entworfen. Eine erste Iteration dieses Systems wird bereits mit der Version Alpha 3.1 Einzug ins Spiel halten. Es wird aber weiter ausgebaut werden, je weiter das Spiel sich auch entwickelt. Im Folgenden erhalten wir zu Demonstrationszwecken ein kurzes Video dazu. Mit Alpha 3.0 wurden neue Musikstücke zu Port Olisar, Levski und Grimhacks hinzugefügt. In diesem Fall werfen wir einen genaueren Blick auf Grimhacks. Hier haben wir jetzt das entsprechende Programm, mit dem die Audiodateien organisiert werden. Wir werfen jetzt einen genaueren Blick auf Grimhacks 2. In dem Playlist-Container sehen wir mehrere Intros, mehrere Outros und das Hauptstück, Titelthema Grimhacks 2, ganz unten zu sehen. Im Fenster rechts sehen wir nun die Struktur dieses Musik-Containers, den sogenannten Sequenz-Container. Dieser enthält drei Zufallscontainer. Der erste enthält die drei Intro-Sequenzen, der zweite das Hauptstück, das Titelthema, der dritte die Outro-Stücke, die Ausgangsstücke. Die Idee dahinter ist klar. Sobald das Spiel den Container Grimhacks 2 aktiviert, wird zufällig eines der Intro-Stücke ausgewählt, anschließend das Hauptstück gespielt, sowie bei aktiviertem Abschluss eines der Abschlussstücke gespielt. Dies soll die wahrgenommene Abwechslung entsprechend erhöhen. Dies demonstriert uns Philipp nun, indem er zuerst dreimal die Intro-Sequenz startet und dann das Programm jeweils ein anderes Stück auswählt, sowie im Folgenden den automatisierten Übergang innerhalb eines Sequenz-Containers. So, let's go ahead and trigger this Grimhacks Q and see how the intros are randomly selected. Now, let's take a look at how these sections transition using this random functionality, with a couple of edits in the interest of time. So, let's go ahead and trigger this Grimhacks Q. So, let's go ahead and trigger this Grimhacks Q. Hier, die Musik in diesem Level implementiert ist. Man sieht hier die zwei großen roten Kugeln. Dieses sind Musikbereiche. Im Außenbereich, also der äußeren großen Kugel, wird der Container Armistic Zone Flight aktiviert. Und je nachdem, ob man freundlich, neutral oder feindlich gesonnen ist, wird das entsprechende Musikstück abgespielt. Dasselbe Schema wird für alle anderen Orte und Stationen in Star Citizen angewendet. Die innere, kleinere Kugel aktiviert dann die sogenannten cinematischen Musikthemen, wie man anhand dieses Beispiels hier sehen kann, die Dateien MXGS PU Cinelocation Grimhacks 1 und oder 2. Hier werden dann wieder von dem Programm aus dem Sequenz-Container, rechts unten wieder zu sehen, die entsprechenden Eingangs-Sequenzen gewählt, Hauptthema und Ausgangs-Sequenz, also Intro, Hauptthema und Outro. Auch wenn das alles schon in einer ersten Version funktioniert und implementiert ist, so ist alles doch laut Philipp noch recht rudimentär. Das System wird noch weiter ausgebaut werden und mit jedem neuen Patch werden neue Varianten hinzukommen, so wie dieses System entsprechend erweitert ist. Ich hoffe, Sie haben dieses kurzes Video gefallen. Vielen Dank, dass Sie sehen. All das versucht man miteinander in Verbindung zu bringen und sich irgendwo in der Mitte zu treffen, alles zueinander zu bringen. Das ist es, worum es dem Audio-Team geht. Und Sandy Gardiner und Chris Roberts erzählen zum Abschluss noch einmal über den St. Patrick-Day-Wettbewerb, dessen Gewinnerbild wir hier eingeblendet sehen. Es gibt weiterhin die Squadron 42-T-Shirts zum Kauf bis zum Ende des Monats und auch die Aegis Vulkan wird noch weiterhin einige Wochen im Verkauf bleiben. Man kann Star Citizen spielen und Entwickler treffen auf der Game Developers Conference in San Francisco auf dem Stand von Intel. Und wenn einer von uns sowieso schon dort drüben ist, dann kann man auch noch gleich nochmal auf Stippvisite bei William Weisbauer in Südkalifornien reinschneien. Das ist einer der Autoren für Star Citizen in Squadron 42, der diesen Samstag auf der WonderCon in Anaheim auftreten wird, um über das Schreiben für Computerspiele zu referieren. Und im Reverse-Diverse wird es um Alpha 3.2 gehen. Und das war's für diese Woche. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch wie immer auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Cheers! 1 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020